Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren... Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Verreiter! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Ah, Monke, Sie sind da. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring... Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee abkehrt machen! Mit welchen Kräften, mein Führer? Früher oder später, wenn die Westmächte einsehen, dass nur wir die Bolschewisten aufhalten können. Wir sind das letzte Bollwert gegen die asiatischen Horben. Wir müssen Berlin halten, nur wenige Tage. Dann machen wir mit den Amerikanern Kippe. Ich habe heute den Fall Klausowitz ausgegeben. Kapitulieren niemals! Dann soll die Armee abkehrt machen! Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr. Krampel in jedem Außenseiter als Gemeinschaftsfremd tot. Feindjäger! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Rotten erobert. Gestaltjäger! Feindjäger! 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 Ich kann nicht zunassen, dass die Soldaten, die für Sie ver... Gestaltverreiterter Zahner! Feindjäger! 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 Wir können den Gruppenführer-Fegel irgendwo finden. Johnny Vixen, you know what you've done? Come to the office right away. Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wink noch eingreifen kann. Sie ist ohne Ehre! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Geben Sie mir, Fegelein! 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 Wir können den Gruppenführer-Fegelein der Bewege... Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Geben Sie mir, Fegelein! Sie wissen, ich mag nichtij, aber das ist, was ich möchte, was ich tun habe! Er ist nicht in der Bunker-Anlage. Bezuchen Sie mir! Ich befehl' dir an sie, zur Fahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Er ist nicht in der Bunker anleihen. Bezucht sie, ne? Er ist nicht in der Bunker anleihen. Verrat! Ich befehl' dir dein Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Dann entlösen wir die Westfront! Kapituliere niemals! GESCHTATSGLEGER! Gezucht sie, ne? Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Jetzt fehlt's für was ist unumstöslich! Das war ein Befehl! Du schaff' dich, ne? Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Das war ein Befehl! Ich weiß nicht, wie wir... Sie schaff' dich, ne? Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Die Zivilbevölkerung schützen! Das ist der schnittste Verrat von allem! Unabbeklink. Hey! Eredity, mach's your man! Papa! Ich verrate gegen dich! Wir können den Gruppenführer fügen, dann dürfen wir fügen. Wir können den Gruppenführer fügen, dann können wir den Gruppenführer fügen. Wir können den Gruppenführer fügen, dann dürfen wir den Gruppenführer fügen. Wir können den Gruppenführer fügen, dann dürfen wir den Gruppenführer fügen, dann dürfen wir den Gruppenführer fügen. Wir können den Gruppenführer fügen, dann dürfen wir den Gruppenführer fügen, dann dürfen wir den Gruppenführer fügen. Wir können den Gruppenführer fügen, dann dürfen wir den Gruppenführer fügen, dann dürfen wir den Gruppenführer fügen. Ich bin so sorry. Wir können den Gruppenführer fügen, dann können wir den Gruppenführer fügen. Feindjäger! Sie wissen, die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppen. Es wurden viele Fehler gemacht, sind sie unerbäcklich. Hatt! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Rotten erobert! Ein Befehl! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!